Meine Güte, was habt ihr uns viele Anfragen in den letzten Tagen geschickt? Zu welchem Thema? Nun, es geht um dieses Objekt der Begierde. Es geht um die Playstation, aber nicht um das Modell, was ich habe, die Playstation 4, sondern um die neue, aktuelle Version, die Playstation 5. Die sollte eigentlich am 19. November auf den Markt kommen und viele von euch haben sich glücklich geschätzt, weil sie zu den ersten Zelten, die zum Beispiel beim Mediamarkt oder Saturn eine Playstation kaufen konnten, haben auch direkt die 400 oder 500 Euro auf den Tisch gelegt, bezahlt und dann nichts. Gar nichts passiert. Die Vorbestellungen sind im Sande verlaufen. Entweder sind sie storniert worden, dazu habe ich letztens hier ein extra Video gemacht, oder ihr bekommt nach den Zahlungen jetzt nichts geliefert. Es gibt Entschuldigungen seitens Mediamarkt, Saturn, aber es gibt eben keine Playstations. Und dann gibt es noch die Ebay-Verkäufer, die für 1000 Euro gerade so eine PS5 anbieten und auch dazu erreichten uns viele Fragen, wie kann das sein, wie sind die überhaupt an die ganzen Playstations gekommen und ist das nicht Wucher? Schauen wir uns alles gerne mal an. Liebe Zocker, bleib dran, alle rechtlichen Infos zur Playstation 5 hier in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Wir sagen euch ja immer, was so aktuelle Rechtstrends sind und da muss man wohl sagen, einer der Fragen, die uns jetzt am meisten gestellt worden ist, ist die Frage zur Playstation 5 und der Nicht-Auslieferung. Ja, zum Release-Start konnte man ja zwei Versionen kaufen, einmal für 400 Euro, einmal für 500 Euro. Es gab etliche Vorbesteller und es wird jetzt nichts geliefert, aber am 20. November hieß es dann seitens Mediamarkt Saturn in einer E-Mail an die Besteller. Leider konnten wir zum Verkaufsstart der PS5 nicht jeden direkt mit einer Konsole versorgen. Doch egal ob per Lieferung oder zur Selbstabholung, wir tun unser Bestes, dass jeder so schnell wie möglich seine Konsole bekommt. Die Nachfrage ist sehr hoch und wir stehen hierzu mit dem Hersteller in engem Austausch, um schnellstmöglich alle Vorbestellungen auszuführen. Wir wollen die Konsole für alle Hobbyzocker, für alle Programmer, für euch alle. Das ist das Statement, was ihr bekommen habt per E-Mail und dann gibt es tatsächlich noch verschiedenste Twitter-Tweets, mit denen ihr darauf reagiert habt mit dem Hashtag Wo bleibt meine PS5 und wo ist meine PS5, geistert das Thema gerade in den Rankings von Twitter ganz oben. Also das ist jetzt nichts, was vereinzelte Leute betrifft, so wie das hier in der E-Mail suggeriert wird. Nein, das ist tatsächlich ein größeres Thema. Es gibt da noch Newsroom des Konzerns, der hinter Mediamarkt Saturn steht und auch da gibt es eine Stellungnahme, offenbar schon vorbereitet für die Medien und dort wird dann gesagt oder auch ein Text, den die Kunden dann auf Nachfrage von der Hotline bekommen, die dann da anrufen, da soll man sozusagen sagen, Achtung, hohe Nachfrage, enger Austausch, schnellstmögliche Reaktionen. Da heißt es wörtlich, aufgrund der hohen Nachfrage bei Vorbestellung der PS5 können wir derzeit nicht garantieren, dass wir alle Vorbesteller bereits zum Verkaufsstart am 19. November 2020 in Deutschland bedienen können. Wohlgemerkt, wir haben den 24. November, wo das da steht. Klar kann man nicht bedienen, die Zeit ist ja schon abgelaufen. Mit dem Verkaufsstart der neuen Konsole werden wir daher sukzessive mit der Auslieferung ausschließlich an Vorbesteller beginnen und derzeit sind grundsätzlich keine neuen Vorbestellungen bei Mediamarkt und Saturn möglich. Das war ja schon länger klar, dass man gerade nichts mehr bestellen kann, deswegen ist der Run ja so groß. Fragt sich also, was könnt ihr tun, was sind eure Ansprüche, wenn ihr frustriert seid, weil ihr bestellt habt und die nicht kommt. Entweder vielleicht auch, weil ihr die verschenken wollt zum Geburtstag oder ihr jetzt auch Sorge habt, dass die nicht mal pünktlich noch vor Weihnachten ankämmt, was ja dann wirklich eine Katastrophe wäre. Zunächst mal ist es nach dem deutschen Zivilrecht so, dass man ein Rücktrittsrecht hat oder Schadenersatzansprüche. Der Rücktritt wird für euch nicht in Frage kommen, damit wird der ganze Kauf rückabgewickelt. Das würde bedeuten, ihr kriegt euer per Vorkasse gezahltes Geld zurück und kriegt aber auch keine PS5. Das ist ja nicht euer Begehren. Die meisten von euch wollen die PS5 ja sowieso auf jeden Fall noch haben. Wenn es um die verzögerte Lieferung kommt, dann kommen möglicherweise Schadenersatzansprüche in Betracht, auch weil ihr die PS5 jetzt gerade nicht nutzen könnt. Das wird wiederum schwierig. Ihr müsstet dann einen konkreten Schaden nachweisen. Und bevor das alles überhaupt zu einem Schaden kommt und Schadenersatzanspruch, muss natürlich ein Kaufvertrag geschlossen worden sein. Da habe ich ein gesondertes Video dazu gemacht, wann überhaupt der Kaufvertrag über die PS5 zustande gekommen ist. Das ist ja auch noch so ein bisschen heikel gewesen, weil viele PS5-Bestellungen storniert worden sind. Gehen wir mal davon aus, in den meisten Fällen ist einfach ein Kaufvertrag zustande gekommen. Ihr wollt den Schadenersatz wegen einer Verzögerung der Leistung nach § 286 BGB durchsetzen. Das würde bedeuten, dass sich Mediamarkt in Verzug befinden muss. In Verzug kommt man mit einer Leistung, wenn sie fällig ist und man trotz Mahnung eben nicht geliefert hat. Hier war eine Mahnung dann entbehrlich, das heißt, ihr müsstet nicht mahnen, wenn euch ein konkreter Liefertermin schon mal zugesagt worden ist. Und ehrlicherweise, weiß ich das aus eigener Erfahrung, ich hatte diese kleinen neuen Apple Homepads, Pots bei Mediamarkt bestellt und da stand dann Liefertermin so und so. Aber vielleicht stand da auch voraussichtlicher Liefertermin, dann haben die ein bisschen mehr Spielraum. Andererseits muss man sagen, im Verbraucherschutzrecht, wenn man da Liefertermine reinschreibt, verbindliche Liefertermine, muss man die auch einhalten. Und ich meine eigentlich immer einen Liefertermin gesehen zu haben. Wenn dem so ist, ihr hattet diese Liefertermine, vielleicht sogar eine E-Mail mitgeteilt, dann müssen die auch eingehalten werden. Und dann würde Mediamarkt oder Saturn schon in den Verzug kommen, selbst, wenn keine Mahnung ausgesprochen worden ist. Also auch ohne Mahnung, Verzug, wenn ein klarer Termin kommuniziert worden ist, was meines Erachtens in den meisten Fällen der Fall war. Ich warte auf meinen Apple Homepod, diesen kleinen Lautsprecher, immer noch. Da war auch Start letzte Woche Montag, ist jetzt nichts passiert, dann wurde es um eine Woche verschoben. Die Woche ist es auch fast wieder rum. Paketbote war jedenfalls da noch nicht da und an dem scheint es auch gar nicht zu liegen. Wahrscheinlich sind die Dinger auch da wieder nicht zu beschaffen. Ja, da sind wir auch schon beim Thema. Wenn man in den Verzug kommen will, muss man diese Lieferschwierigkeiten auch zu vertreten haben. Da muss man allerdings sagen, wer etwas verkauft, hat zu vertreten, dass er dann zum Lieferzeitpunkt die Ware auch hat. Nur weil jetzt Sony jetzt Mediamarkt nicht richtig beliefert, das ist meines Erachtens ein Problem vom Mediamarkt. Die Waren haben die letztlich zu haben, es sei denn, es wäre jetzt etwas Globaleres, wie ein plötzlicher Ausbruch einer Pandemie, der nicht vorhersehbar war, der dann zu dem Verzug geführt hätte, irgendwas Unvorhersehbares. Aber das sehe ich hier im Moment nicht. Das könnte man im Detail nochmal schauen. Aber meines Erachtens ist eben ein Verzug da, sodass ihr den Schadenersatzanspruch geltend machen könntet. So, jetzt schauen wir mal, wo könnte der Schaden liegen. Nun, wenn es dem einen oder anderen jetzt wirklich darauf ankommt, könnte man so vorgehen, dass man Mediamarkt Saturn sagt, liebe Jungs, ich habe für 3,99 oder 4,99 eine PS5 gekauft, ich kann die mir woanders jetzt sofort besorgen. Ihr hattet mir ja zugesagt, 19.11. wird geliefert, das ist nicht passiert. Wenn ihr, ich würde also hier tatsächlich nochmal mit einer Nachfrist rangehen, wenn ihr mir nicht innerhalb von einer Woche diese PS5 liefert, werde ich mir sie woanders am Markt besorgen und euch die Differenz in Rechnung stellen. Das ist also die Möglichkeit, die man hier beim Verzug hätte. Man könnte dann zu Ebay gehen, gehe ich jetzt gleich darauf ein, sich sie dort kaufen und dann die Differenz eben Mediamarkt Saturn in Rechnung stellen. Allerdings muss man auch sagen, man darf dann keine Mondpreise dafür zahlen, also nicht um jeden Preis, sondern man muss einen marktüblichen Preis zahlen. Das ist wiederum die Schwierigkeit bei einem Produkt, was eigentlich am Markt gerade gar nicht verfügbar ist. Also selbst wenn ihr es euch woanders beschaffen wolltet, ginge es nur zu exorbitanten Preisen, vielleicht würden die Gerichte tatsächlich sagen, man kann auch 300, 400 Euro jetzt drauflegen, um sie überhaupt zu bekommen. Eher heikel, weil diese Summen, die man drauflegen muss, im Moment gehen schon in den Bereich des Wuchers rein, komme ich gleich in meiner weiteren Prüfung auch drauf. Aber erstmal lassen wir uns festhalten, zwei Dinge, ihr könnt erstens den Schaden gelten machen, der euch tatsächlich entstanden ist, entweder weil ihr schon gebucht worden seid als Redner zur PS5 und das jetzt abgesagt worden ist, weil ihr gar keine PS5 bekommen habt, da könnte man sagen, ja, das wäre ein Schaden, der könnte gelten gemacht werden, oder weil ihr euch die woanders beschaffen musstet, da auch in absehbarer Zeit die Mediamarkt-Saturen nicht liefern konntet. Das sind die Möglichkeiten, die man hier hätte. Und der Bezug über Ebay, der ist allerdings heikel, weil dort diese PS5 aktuell bis zu 1.000 Euro kosten. Also sie sind schon am Markt verfügbar, aber zum doppelten Preis. Und das ist nahe dran am Wura-Preis. Also viele haben uns auch gefragt, ist das nicht Wura? Ja, das könnte Wura sein. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass man einen Wura hat, der beim doppelten Preis liegt. Ebay sieht die Preise offenbar locker, twittert auch zur PS5 fleißig. Rechtlich ist es so, der Wura ist über § 138 Strafgesetzbuch geregelt. Da geht es darum, dass ein auffälliges Missverhältnis zwischen dem objektiven Wert, was normalerweise der Marktwert ist, und dem angebotenen Wert ist. Marktwert einer PS5, 399, 499, wenn überhaupt ein Markt dafür aktuell da ist, weil sie sind ja ausverkauft, also darüber kann man auch noch im Detail diskutieren. Indiz allerdings für Wura ist, wenn für die Ware das Doppelte des Marktwertes genommen wird. Also man müsste ja erstmal den aktuellen Marktwert nehmen. Ob der bei 499 liegt, bin ich mir nicht so sicher. Der dürfte vielleicht bei 6700 liegen aktuell. Also der Markt ist ja schon überhitzt, ja. Also es ist nicht unbedingt die ursprüngliche Preisempfehlung. Dann das Doppelte, dann hätte man Wura. Und der Verkäufer müsste eine Zwangslage ausliefern. Dabei wird es beim Wura wohl scheitern. Ihr seid nicht in der Zwangslage. Ihr müsst ja nicht unbedingt eine neue PS5 jetzt zu dem Preis jetzt unbedingt haben. Also das wird relativ schwierig mit dem Wura. Im Zusammenhang mit Ebay kam dann noch eine Frage auf, war das denn in Ordnung? Die sind ja überhaupt nur an diese Playstations rangekommen, weil die Bots benutzt haben und damit schnell die ersten PS5 auf den verschiedenen Plattformen bei Amazon und Co. kaufen konnten. Ja, also da hatte ich letztens auch schon mal das Video zugemacht, dass das möglicherweise gegen die jeweiligen AGB der Plattform verstößt. Wenn man das beweisen könnte, haben sich auch die Händler nicht korrekt verhalten. Ja, das ist schwierig. Jetzt haben aber auch viele Privatpersonen gedacht, na super, kaufe ich mir einfach zwei PS5 und handel damit. Da müsst ihr aufpassen, liebe Privatverkäufer. Ihr seid dann viel schneller im gewerblichen Bereich drin, als ihr denken könnt. Das heißt, ihr müsst eine Widerrufsbelehrung anbieten, ihr müsst zwei Jahre Gewährleistung anbieten und, und, und. Selbst wenn man sagt, Privatverkauf, ist das kein Privatverkauf, wenn man sich ein paar PS5, so viel Glück wie muss man natürlich auch haben, besorgt hat und die jetzt für teuer verkauft, das geht also nicht. Versprechen Händler gerade auf Ebay, dass sie eine PS5 verkaufen, die sie gar nicht haben und in absehbarer Zeit auch nicht haben werden, kann das sogar ein strafrechtlicher Betrug nach § 263 Strafgesetzbuch sein. Also da gibt es sicherlich auch die ein oder anderen faulen Hunde, weil das Produkt einfach so begehrt und beliebt im Moment ist. Mein Tipp, nehmt die teuren Angebote dieser wucherähnlichen Reseller gar nicht erst an, macht MediaMarkt Saturn maximalen Druck, damit die das nicht nochmal machen. Meinetwegen mit Fristsetzungen, Schadenersatzandrohungen, das kann man auf jeden Fall hier machen, denn es ist ein Unding, wie die sich im Moment verhalten. Ich habe in letzter Zeit zweimal, das muss ich wirklich sagen, beim MediaMarkt was gekauft. Das eine online gekauft, das war ein New Light Strip, der meinen Fernseher zu einem Ambient Fernseher umrüsten soll. Der kam, ich glaube, mit vier, fünf Wochen Verspätung. Der Apple HomePod, da wurden auch Liefertermine zugesagt, kommt auch mit Verspätung. Das ist keine Art, mit den Kunden umzugehen, zu versprechen, man hätte etwas, was man gar nicht hat. Das ist ein dickes Ding und würde auch rechtlich eben entsprechende Ansprüche auslösen, egal wie nett die E-Mails sind, die jetzt kommen. Das muss man sich eben vorher überlegen, ob man das im Angebot hat oder nicht. Wenn man es nicht liefern kann, darf man es nicht anbieten. Alles andere ist mal für mich verbrauchertäuschend, so deutlich muss ich es an dieser Stelle sagen. Wir werden den Fall auf alle Fälle weiter beobachten. Lasst also ein Abo für diesen Kanal da, dann sage ich euch, wie das weitergegangen ist. Ich wünsche euch, dass die PS5 jetzt zeitnah ankommen, möglichst noch vor dem nächsten Wochenende, dass ihr noch ein bisschen zocken könnt und mal von dem ganzen Wartestress euch entspannen könnt, vom Corona-Stress sowieso. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch noch diese beiden Videos hier anschaut und euch damit die Wartezeit auf eure PS5 etwas überbrückt. Ansonsten wünsche ich euch beste Gesundheit in diesen Zeiten. Morgen sehen wir uns mit einem neuen Video schon wieder. Tschüss und bis dahin.